Ankunft in Zentopia. Das magische Buch. Am liebsten wäre Mia gar nicht mitgekommen, doch sie hatte keine andere Wahl. Ihre Tante begleitete sie zu ihrem ersten Tag in der internationalen Schule von Florenz. Es war ein Internat für Kinder, die aus allen möglichen Ländern kamen. Viele würden sich sicherlich freuen, dort lernen zu dürfen, doch Mia gehörte nicht dazu. Hinter ihr lag eine schwierige und sehr traurige Zeit. Nach einem Unfall galten ihre Eltern als vermisst. Mia hoffte so sehr, dass sie eines Tages wieder bei ihr sein würden. Doch nun war sie erst mal allein. Und ihre Tante konnte sich auf Dauer nicht um sie kümmern. Es musste also ein Platz für Mia gefunden werden. Aber warum ausgerechnet in diesem Internat? Mia konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie sich jemals hinter den dicken Mauern des alten Gebäudes wohlfühlen würde. Bestimmt wirst du hier viele nette Leute kennenlernen, versuchte ihre Tante sie aufzumuntern. Stumm verzog Mia das Gesicht. Ich schau mal, ob ich das Büro der Direktoren finde. Das dauert bestimmt nicht lange. Warte dort drüben auf mich, ja? Die Tante zeigte auf eine Bank vor dem Eingang des Internats. Lustlos setzte sich Mia hin und schaute sich um. Alle hier trugen eine blau-weiße Schuluniform. Drei Mädchen ärgerten gerade einen Jungen. Sie hatten ihm sein Buch weggenommen und warfen es sich gegenseitig zu. Plötzlich landete das Buch mit einem dumpfen Aufprall vor Mias Füßen. Sie zögerte kurz, dann bückte sie sich, hob es auf und gab es dem Jungen zurück. Die drei fremden Mädchen kamen näher und bauten sich vor ihr auf. Sie musterten Mia abfällig. Die hübscheste von ihnen ergriff das Wort. Wer ist denn diese Erscheinung? lachte sie. Und was soll das Halloween-Kostüm? Mia blickte an sich hinab. Sie trug ein graues Sweatshirt, Jeans, Turnschuhe und eine Mütze, ihre Lieblingsklamotten. Sie wollte etwas erwidern, irgendetwas Cooles, doch ihr fiel nichts ein. Darüber ärgerte sie sich am allermeisten. Ihre Tante war es schließlich, die sie aus dieser unangenehmen Situation erlöste. Sie trat aus der Tür und winkte Mia zu. Komm Schatz, die Direktorin wartet auf dich. Das Gespräch mit der Leiterin des Internats dauerte nicht lange. Die Frau versuchte nett zu sein, doch Mia war nicht nach Reden zumute. Wäre es nach ihr gegangen, säße sie jetzt nicht hier. Danach führte ihre Tante sie zu ihrem Zimmer. Mia würde es mit einem anderen Mädchen teilen. Auf den ersten Blick machte der Raum gar keinen so schlechten Eindruck. Er war recht gemütlich eingerichtet. Die Wände hatten freundliche Farben. Vom Flur her erklang nun allerdings eine Stimme, die Mia schon einmal gehört hatte. Und sie kam immer näher. Im nächsten Augenblick bogen zwei Mädchen um die Ecke. Mia hatte sie bereits draußen vor dem Internat kennengelernt. Auf dem Gesicht der einen erschien ein hochnäsiges Lächeln. Grinsend stieß sie das andere Mädchen in die Seite. Ach herrje Paula, ich glaube deine Zimmernachbarin ist angekommen. Das nenne ich Pech gehabt. Sie sah Mia herablassend an. Ich bin Violetta. Bestimmt werden wir noch die besten Freundinnen. Oder auch nichts. Sie hakte sich bei Paula unter und gemeinsam zogen sie wieder ab. Aus der Entstehen. So ein Traumf sł Pen bedeutet. Aus der Entstehen. Alles Lächeln. So ein diese Gebet musste in denни 같은 Fronten замет hat. Die Ecke.